Am Montagmorgen krachte es auf der Kreuzung Obstallstraße-Ecke Rathenowerlandstraße. Gegen 10 Uhr waren dort ein Ford und eine laut Polizei vorfahrtsberechtigte Straßenbahn zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer des Ford ohne Beachtung der Ampel über die Kreuzung. Der Autofahrer und eine 83-jährige Mitfahrerin der Straßenbahn verletzten sich durch den Zusammenstoß. Sie mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Später brachten die Retter beide in umliegende Krankenhäuser. Die etwa 30 weiteren Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Durch die Polizei wurde eine Unfallanzeige aufgenommen und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich gab es eine Vollsperrung des Knotens. Die Bergungsmaßnahmen der Straßenbahn dauerten bis etwa 13.45 Uhr an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Ordnungshüter auf rund 80.000 Euro.